Alex, sag mal, was eigentlich der Schlüssel für effektives Marketing? Und meine Antwort ist dann, hey, das ist ganz einfach. Du musst nur eine Kleinigkeit verstehen, die 99% aller Agenturen nicht verstehen. Der Schlüssel für effektives Marketing ist effektive Kommunikation. Und wie effektive Kommunikation aussieht, wissen wir seit 100.000 Jahren. Und vor 100.000 Jahren haben die Menschen sich nicht Hochglanzfotos am Lagerfeuer übergeben, was heute unsere Webdesigner so gerne glauben, sondern Menschen vor 100.000 Jahren, sagen uns Neurowissenschaftler, haben sich Geschichten erzählt. Und unser Gehirn war bei Geschichten damals sehr sensibel, weil sie für unser Überleben wichtig waren. Stell dir vor, du warst damals in so einer Kohorte von 20 bis 30 Jungs und Mädels und du hast abends an der Wasserquelle gesessen und die gefährlichen Tiere im Urwald waren wieder um mich rum. Und einer vom Stamm kam atemlos wieder von der Wasserquelle und hat gesagt, hey, ich hatte eben zusammenstoßen mit dem Jaguar und ich habe den und den Trick gemacht und deswegen bin ich ihm normal entkommen. Merkst du, wie wichtig diese Geschichte war für das Überleben des ganzen Stammes? Weil Storytelling war damals die einzige Form, wie wir von fremden Erfahrungen profitieren konnten und die Wahrscheinlichkeit für unser eigenes Erleben zu erhöhen. Und natürlich wissen das alle Moviemaker und natürlich wissen das alle Fernsehmaker und natürlich wissen das alle Krimi und sonstigen Buchautoren und deswegen alle, die was von Kommunikation verstehen, kommunizieren über Storys. Und Wissenschaftler, die es untersucht haben, haben in 850 wissenschaftlichen Studien festgestellt, dass Storys von allen Kommunikationswerkzeugen das Werkzeug sind, das erstens schon im ersten Satz die meiste Aufmerksamkeit erzeugt. Das zweitens dazu führt, dass Menschen mit ihren Ohren zuhören und einen inneren Film machen und weil sie einen inneren Film machen, starke Bauchgefühle machen, die sie zum Handeln bewegen. Das brauchten wir damals fürs Überleben und das brauchst du heute im Marketing, um deine Kunden zu überzeugen. Der entscheidende Schlüssel für gutes Marketing ist gute Kommunikation. Und gute Kommunikation ist viel mehr als ein paar Hochglanzbildchen zeigen. Gute Kommunikation ist die Power von Geschichten zu nutzen, um Aufmerksamkeit zu gewinnen, Klarheit über innere Filme zu erzeugen und im Bauch das Gefühl für den Kunden aufzubauen, endlich tätig werden zu wollen. In diesem Sinn und mit dem Geheimnis bist du aus meiner Sicht ganz schnell auf deiner Überholspur im Marketing. So, wenn du jetzt sagst, wow, das war mächtig, cool, wo kriege ich mehr Storytelling her für mich und mein Unternehmen und Alex, funktioniert Storytelling auch haargenau in meiner Branche, dann lade ich dich ein, klick hier unten, lass dich mit unserem Serviceteam verbinden, stell dein Business vor, zeig vielleicht die URL zu deiner Webseite und nimm eine erste Einschätzung mit, wie du Storytelling am besten nutzen kannst. Und auf alle Fälle abonniere unseren YouTube-Channel und folge mir auf Instagram, damit du über neue Gratis-Coachings komplett auf dem Laufenden bleibst. Und auf alle Fälle abonniere unseren YouTube-Channel und folge mir auf die Kommentare.